Du stehst in deiner Wohnung am Fenster, blickst hinaus in den Himmel. Es ist schon dunkel geworden und du hast beschlossen, jetzt ins Bett zu gehen. Dein Tag war vielleicht anstrengend oder auch ganz leicht, auf jeden Fall bist du froh, dass du nun in dein Bett gehen kannst. Und so setzt du dich gleich auf den Rand deines Bettes, schlägst die Bettdecke auf und kriechst in dein Bett hinein. Fühlst, wie sich die Bettdecke anfühlt, wie der Stoff sich sanft in deinen Körper schmiegt. Und beginnst dich zu entspannen. Du denkst noch einmal an deinen Tag, an all das, was du heute erlebt hast. Lässt es vor deinem inneren Auge vorüberziehen und versuchst, die Situationen neutral wahrzunehmen. Und dann nach einer Weile spürst du, dass du müde bist und dass du gerne in den Schlaf hinein gleiten möchtest. Und so legt sich auch die Stimmung der Nacht langsam um dich herum. Es ist ganz still und auch deine Gedanken werden ein wenig stiller. Du weißt genau, dass du dich im Schlaf erholen wirst und damit du besonders gut schläfst, lässt du nun das Kristall Topaz vor deinem dritten Auge entstehen. Und stellst dir vor, wie du dich mit diesem Kristall zudeckst. Wie dieses Kristall mit deiner Betthecke verschmilzt. Und wie es dich dadurch oben und unten vollkommen einhüllt. Du spürst dabei das Gefühl der Sicherheit und des Schutzes. Du weißt genau, dass dich die Energien des Schutzes behüten. Und du dich getrost in den Schlaf hinein fallen lassen kannst. Atme das Wort Topaz ein und aus. Lass es ganz tief in dein Herz hineinfließen und spüre, wie sich Schutz von innen und außen um dich herum legt. Spüre, wie sich dein Körper entspannt und dein Geist ebenfalls ruhig wird. Denn die Energien des Schutzes begleiten dich durch die ganze Nacht. Du kannst beruhigt sein. Alles ist gut. Alles ist gut. Alles, was zu dir gehört, bleibt hier. Alles andere darf gehen. Und so schließt du deine Augen. Ziehst du deine Decke noch ein wenig höher und lässt einfach alles los. Lässt alles los, was dich belastet hat und lädst die Träume ein, dich heute Nacht zu begleiten. Lade einen Engel ein, von welchem du dir wünschst, dass er bei dir sein wird. Und dann spüre, spüre vielleicht einen zarten Luftzug. Und in dem Moment weißt du, dass dein Lieblingsengel bei dir ist, dass er dir über die Haare streicht. Dich liebevoll ansieht, dir zunickt und sagt. Ich bin doch bei dir. Ich bin heute die ganze Nacht bei dir. Und so fällst du in einen sanften Schlaf und lässt dich von den Wellen des Schlafes hineintragen in deine innere Welt. Mit der Gewissheit, dass du gut geschützt bist und dass alles in Ordnung ist. Mit der Gewissheit, dass du gut geschützt bist und dass du gut geschützt bist. Mit der Gewissheit, dass du gut geschützt bist und dass du gut geschützt bist. Mit der Gewissheit, dass du gut geschützt bist und dass du gut geschützt bist und dass du gut geschützt bist. Mit der Gewissheit, dass du gut geschützt bist und dass du gut geschützt bist und dass du gut geschützt bist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020